Weil die Christine für mich die Person ist, die Innsbruck lebenswert macht, sehr intelligente Frau und lässt sich auch nicht beeinflussen von ein paar Leute, die sich das Leben mies machen, sondern bis jetzt hat sie es fantastisch gemacht und man merkt es auch in meiner Umgebung, wie das alles, wenn ich gerade erinnere, jetzt habe ich einen Pass machen lassen, die Leute sind in der Stadtmagistrat fantastisch, freundlich, selber wird man dann auch nachher sehr freundlich und die ganze Atmosphäre ist einfach spitze für die Stadt.